Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. Wir sind in Kapitel 12, Meeresgabe. Und ja, wir blicken nicht mehr aus dem Fenster unserer Villa, sondern jetzt in diesem runtergekommenen Apartment. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal schnell ans Telefon, das klingelt die ganze Zeit schon. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring ne Xara mit. Okay. Wir treffen uns dort. Oh ja. Ähm... Ja gut, ich habe ja keine Anzüge mehr, ne? Kampfanzug. Äh, dann nehme ich den hier. Verdammt, ich habe ja gar nichts mehr. Außer dem Wagen. Der nicht uns gehört. Und auch nicht mehr gut aussieht. Was läuft denn hier? Aha. Ich muss ja krach machen hier. Warte mal. Wir haben gleich wieder Geld. Wir haben gleich wieder Geld. Lalalalalala. Steigt ein. Vierschlösser, oder? Äh, also vier Pins. Nicht erwischen lassen. Nicht erwischen lassen. So, und jetzt... Blau mit Blau. Oh, verdammt. Okay, das war nicht wegen mir. Warum hat er gefiffen? So, Derek. Ja, hier bist du schnell über 40. Da muss ich echt aufpassen. Nene, 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 nene. Nene, nene. Ah, ist schon geil. Der ist auch schon geil. Also alle, alle Autos hier. Die sind sehr, sehr schön. Nene, nene. Ich finde es so schade, dass sie nicht einfach die Originale nutzen können. Da ist es sehr schade. Zum Beispiel auch bei, äh, Mafia 3 so. Mein, äh, Traumwagen sieht da doch ein bisschen anders aus als in echt, leider. Ja, guck mal. 1300 Millionen. 1000. Kann man ein Bill Air? Ein Bill Air dürfte nicht verkaufbar sein. Damit fahre ich jetzt eh rüber. So, machen wir 2000, kaufen wir uns einen Anzug. Dann sehen wir übrigens nicht aus, wie sonst was. Wir wissen ja, wie wir Geld machen können mittlerweile. Und wir haben ja unsere Kontakte, da geht das. Oha, oh Mann. Wir brauchen das Geld so viel noch längerfristig. Hier ist so ruhig. Muss man gerade schauen. War nicht hier auch irgendwie was? Gerade mal schauen. Ich habe so eine schwache Erinnerung, dass ich hier irgendwie mal was gefunden haben könnte. Vielleicht habe ich auch hier mal geguckt und habe nichts gefunden. Das kann natürlich auch sein. Ah, ja, sonst dürfte aber auch nichts sein. Oder ich habe es schon gesammelt, das kann auch sein. Das ist aber ganz schön schmutzig, der Wagen. Gab es hier nicht auch sogar Autowächer rein? Doch, an den Tanken, ne? Oh, da steht doch schon wieder einer. So. Da muss ich gerade auch bei dem Bel Air an ein Video denken, weil ich mal auf YouTube gesehen habe. Das ist aber schon ein paar Jahre her und ich weiß auch nicht, ob die Person noch lebt. Aber es ist ein altes Omaschen in den USA, das irgendwie seit 50 oder 60 Jahren ein Bel Air gefahren ist. Also wirklich die Original-Käuferin des Wagens fährt denn immer noch oder ist denn immer noch gefahren. Das ist schon krass. Jo, das sind schöne Summen. Da haben wir über 3000. Da ist ein Anzug auf jeden Fall drin. Und da ist auch nochmal ein schöner Wagen. So. Da haben wir auf jeden Fall jetzt genug Geld für den Anzug und Co. Ich meine, wenn wir jetzt beim Rausfahren noch einen finden, dann verkaufen wir den gerade auch noch schnell. Haben wir auch noch ein bisschen Puffer. Falls wir ein Auto tunen, werden wir noch eins offen. Ansonsten fahren wir erst mal weiter. Wir können ja immer noch sammeln. Jetzt ist nur die große Frage. Geradeaus, perfekt. Als wäre das so geplant gewesen. So. Verdammt, ihr habt keinen teuren Anzug, ne? Ihr habt nur Hemden. Willkommen, Sir. Bitte treten Sie näher. Ich nehm den. Ich seh schon. Sie haben Geschmack. Das ist jetzt doch der Schwarte, den ich letztes Mal gekauft hab. War, glaub ich, ein blauer. Das war der andere. Jetzt steht da halt schon wieder so im Wagen, ne? Ach, scheiß. Komm, scheiß drauf. Ich seh direkt ums Eck. Das ist der letzte. Der Schuh Hubert. Wenn wir danach noch einen finden, dann fahren wir den. Das ist hoffentlich kein Wertabzug. Da stand auch ein schöner Mann, glaub ich, wie's aussah. Derek, viel Spaß damit. Wir sehen uns später. Jo. Ja, 4.000, guck mal, haben wir die Hälfte wieder drin. Das ist ein Traum. Den, den, ah, guck mal hier. Ja, das ist halt schon ein bisschen mies, ne? Der steht halt schon hier. Ach, guck. Wobei, warte mal, das dauert ja eh. Moment. Ja, schau's noch. Den fahren wir. Mit nem knalligen Rot. Den fahren wir jetzt. So. Aber das war interessant in der letzten Folge. Das Rausfahren aus der Garage bei Joe hat das Spiel zum Absturz gebracht. Irgendwas muss da laufen. Auch die Kamera ist ja, glaub ich, oft zu nah. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass es früher so nah war. Es muss halt irgendeine Organisation geben, denen die Spiele übergeben werden, die die dann aufrechterhalten für neue Zeiten, weil Spiele sind halt einfach Kunstwerke, die müssen erhalten bleiben. Und dann vielleicht, dass du dir auch noch kaufen kannst. Warum nicht? Aber zum Thema Musik und so, hab ich auch schon was gesagt. Ach, ich fahr jetzt hier rein. Ah, Mann. Oh, shit. Wie ist das eigentlich nochmal? Werde ich zu lange stelle? Aber wir verhaften nämlich, ne? Ne, 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 ne. Ich muss jetzt los. Tschüss. So, jetzt fahr'n wir nochmal ne Runde und dann sind wir da. Bisschen mit daran, Bremse, aber da kommen andere. Hier stehen echt viele gute Autos gerade. Was war das denn gerade? Nene, 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 nene. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2500 Dollar, plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren elf Riesen, allein dafür den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcaon? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch ne Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja. Wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse! Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai. Der Jude drüben in der Palisade. Der leitet uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen gewinnt für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal. Solang's nicht in unserer Gegend ist... Menschie hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschie. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann schluss jetzt mit dem Scheiß. Hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto. Die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und je! Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street? Klar, fahren wir. Na gut. Äh, mein Auto ist weg. Das Auto ist weg. Äh, ne, 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 ne. Ich glaub da unten liegt auch, oder lag auch mal. Ich weiß gar nicht, ob die Wanted... Ah, da ist er doch. Die Wanted Bilder... ...doch irgendwie richtige Bilder sind. Ja, ich weiß, ich kann dieses Fahrzeug nicht nutzen. Ja, gehen wir die Straße runter. Leiden wir uns, in Anführungszeichen, woanders ein Auto. So. Der hier wäre schon ganz schön, wenn er jetzt... Ah, verdammt. So, aus dem Nebel zurück. Äh, ja, ich muss das jetzt alles nochmal machen. Ich habe leider nicht so viele Fahrzeuge gefunden. Deswegen habe ich jetzt nur, ja, 1300, aber egal. Ähm... Toll, jetzt fährt er unten direkt mal so'n schöner vorbei. Aber müssen wir halt dann nochmal machen. Er heißt Bruno. Ich bin einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenn den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Franklin G. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggeboostet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist das natürlich reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Jetzt ist alles voll. Ich hab's, wenn wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Ja. Von dem Leid da ist es. Halt die Ahnung. Jetzt ist ja alles voll, ne? Na gut. Vielleicht jetzt nicht mehr. Aber hier um die Ecke ist alles voll. Toll. Äh, warte mal. Ich kann aber keinen Zweisitzer, ne? Ich kann nicht... Keine Angst, ich pass gut drauf auf. Ne, hör auf. Halt! Hilfe! Ah, die sind jetzt auch wieder weg. Ne, da hinten ist einer. Ich weiß eigentlich, was passiert, wenn ich den jetzt wegfahre. Also, ob ich den überhaupt wegfahren kann. Ich meine, der Bill Air, der ist ja auch ein Viersitzer, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Gucken. Ja, ne, das... Aber wieso ging das jetzt beim Bill Air? Egal. Egal. Das müssen wir verschieben. So, da müssen wir jetzt rein. Ah, jetzt gucken wir mal. Dass wir ein bisschen Geld bekommen. Wir kommen tun. Hallo, Jungs. Wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Hey. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich? Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wuche. 50. Höchstens. Henry, Henry. Ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können irgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55. Letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry. Doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder weisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Äh, ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen's bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Na schön, auf geht's. Meeresgabe. So, alle mal rein. Oh, shit. Was zum Teufel soll das? So. Die Kirche fälligst ein. Gut gemacht, Henry. Ich hab euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich geh sonntags zur Kirche und da hab ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit ich deine Mutter gezwungen hab, beichten zu gehen. Ja, ich hatte Natur sie auf den Hintern geglotzt. Man hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehm alles zurück. Du kommst in die Kirche. Hättest du dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditteil namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja? Was weißt du über ihn? Du kennst doch Micky den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Faltern die Klos putzt? Ja. Der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Sicher? Wir sind ja ganz sicher. Wir sind gleich da. Fahrt euch das Tor und in den Hof. Jo. Alles klar. Und rein nach. Da sind wir. Mir nach. Mhm. Hey. Wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentlemen. Mister Wong erwartet Sie. Ich glaube schon auch Magaziner rum. Mal gucken. Na, du? Ja, warte. Ich muss ein paar Sachen gucken. Nee. Ich bin Belegschaft. Manchmal. Woanders. Oder vielleicht doch nicht. Ich guck mal ganz kurz hier in die Gasse rein. Da muss doch was sein. Weiß ich nicht wo. Such weiter. Gut. Hier ist nichts. Ich geh jetzt zu den anderen. Zurück. Da bin ich doch. Guten Tag. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. In Ordnung. Bringt es weg. Und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in zehn Beutel. Jeder wiegt exakt ein Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen mit Ihnen geschäftet zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Meine Herren. Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer an. Hm. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schieß mit uns! No! Landen im Speck! Ich möchte dich nicht zum Feind her! Da kommt noch... Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich muss mal durchladen. Bewegt eure Ersche! Komm weg da, Rito! Bist du mit Knacken, Matron? Sicher die Rückseite, Rito! Mach auf! Hält dich meine Granaten auf! So, ich komm! Warte! 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 Worauf wartest du? Tritt sie ein! Ich muss was suchen! Warte! Komm! Zeig doch drauf, was er da geht! Okay, los geht's! Oh! Der liegt ja bequem da! Sooo! Jetzt aber! Sooo! Da ist der! Die Kerle werden nicht dazu! Wir bewerten dich! Du schießt wie meine Schwester! Ah! Hast du Schiss, Arschler? Ah! So eine verdammte Scheiße! Wo ist er denn? Okay, weiter geht's! Oh! Ich werde fast auf dich geschossen! Halt den Wichser ab, solange wir noch Kugeln haben! Schlamm! Gebe Acht, Vito! Gib mir Deckung, Vito! Das... Abgesessen! Boah! Okay, wir sind raus! Du bist raus! Okay! Schürtern wieder! Hier bin ich, Drexer! Ich schnitt! Ja! Wer ist mir, Leute! Auch haben wir es ja alles voller Feuer da hinten! Das ist alles! Ha ha ha! Mag das nicht mehr explodieren? Ich schaue mich jetzt! Ich schaue hier jetzt! Oder die E Quer mit Trom政busel? Schaue dazu! Jaaa... Jaaaaaaa! Ganz nahm einmal im Geschmack! Guck dir der Deck was zu 제품! Was war's mit dem Tommy Gang? Noah, verdammt, danke für den Shotgun. Ja, was haben wir denn? Wir müssen weg hier, irgendeinem Gefährt. Oh, da ist ja noch einer drin, hoppala. So, auf geht's. Stimmt, der ist ja auch ganz gut schnell. Das ist gut. Oh Mann, entspann dich. Es ist noch nicht vorbei, sie verfolgen uns. Hängen sie ab, verdammt. Alles klar, wir kriegen ihn. Oh, das ist mies. So eine verdammte Scheiße. Ich geb dir Deckung, ab jetzt. Das war so tot, was? Oh Scheiße. Okay, da haben wir, oh meine Güte ey. Ich hab ja noch ein paar Lüftungslöcher. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben wir es die Schwitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich bin's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bringen wir uns zum alten Lager aus, der kann das. Okay. Ich hoffe, der, die läuft besser als damals. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Ey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Harlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgepeilt wirst oder wieder im Klass landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Sonst hab ich dich je enttäuscht? Tja, war die Sache mit der Preisaufsicht? Wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelist haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles im Fall. Auf nach Hunterston. Und keine Sorge gehabt, morgen müssen wir uns nicht wieder mit dem Sprechskern abgeben. Es sei denn, dass hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Oh, jetzt ziehen wir erstmal das Ding her, bevor wir große Pläne spielen. Da sind wir. Ich sag ja nur, Vito hat Recht, wir sind da. Lass mich reden. Ja, pass auf. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Vito hat Recht, wir sind da. Sag ich doch. Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße. Oh, verdammt. Volltreffer. Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder rein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los, so kenn ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Kapitel 13 Roter Drache Joes Apartment, 24. September 1951 Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich hör wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwier schon endlich ab, Süße. Hey Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Na gut, kann man was gucken. Nein, 500 Dollar, okay. Da ist zu. Hallo. Ja, das Telefon klingelt, ich geh später dran. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal aber einen kleinen Cut, denn wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Und das hat gerade gepasst mit dem Lichtschalter. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würd mich sehr drüber freuen. Und ich wusste gar nicht, dass wir da durchgucken können. Krass. Alles klar. Bis zum nächsten Mal in Kapitel 13. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.